Hi Leute, wir befinden uns heute auf der Gravis Insel und zwar tun wir nur kurz die Mokoko machen. Und zwar ist die erste hier oben bei der Hütte am Strand, ihr seht es genau hier vor mir, relativ einfach zu finden. Dann gibt es hier so ein Haus und hinter dem Haus ist eine Höhle. Da könnt ihr reingehen und in dieser Höhle sind zwei Stück, einfach hier nebeneinander drin. Die Höhle ist von rechts und links zugänglich, ist halt versperrt durch den Baum hinter dem Haus. Und die letzte Mokoko ist relativ offen liegend, dafür müsst ihr nur ein bisschen in die Insel reinlaufen. Tadaa, hier beim Baum, so bei einem Strauch genau da. Und das war es für das heutige Video, ich hoffe es hat euch gefallen, wenn ihr mehr Videos haben wollt, dürft ihr gerne ein Abo dalassen. Und sonst wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und sage mal bis zum nächsten Mal, bye bye.